Wann hat die SPD zuletzt ein solches Gefühl für Timing an den Tag gelegt? Den Parteitag, auf dem die schlimmste Wahlniederlage aller Zeiten aufgearbeitet werden sollte, auf den Volkstrauertag zu legen, das hatte schon was. Und dann diese Parteitagsregie, klasse, einem für seine Verhältnisse fast demütigen Münte, gelang es irgendwie, weder wie sonst üblich selbstherrlich zu behaupten, dass die SPD in den letzten elf Jahren alles richtig gemacht hat, noch im Büßergewand irgendwelche größeren Fehler einzuräumen. Ein echtes Kunststück, welches nur die erfahrensten politischen Artisten beherrschen. Münte gab mit seiner »Es war ja nicht alles schlecht« Rede den Ton vor. Nach ihm durften dann über 60 Parteitagsdelegierte lautstark kundtun, was sie von der Arbeit der Parteispitze in den letzten Jahren gehalten haben. Nämlich vor allem ihren Mund, wenn es darauf ankam. Irgendwie war immer zu spüren, dass die meisten ahnten, es wäre unklug, die paar Tassen, die die Partei noch im Schrank hat, auch noch zu zerdeppern. Ein Scherbenhaufen gibt kein gutes Podest ab. Dann nimmt man doch lieber einen roten Teppich, unter den sich einiges kehren lässt und auf dessen mittelgroßen Erhebungen der neue Hoffnungsträger umso eindrucksvoller zur Geltung kommt. Und der neue Messias ist ja längst gefunden. Er trägt das Siegergen schon im Namen. Siegmar Gabriel, das ist die Mäher vom Sieg. Die Figur von Kurt Beck und das Selbstbewusstsein von Gerhard Schröder. Was für eine Promenadenmischung. Aber die einst so stolze SPD ist schon länger eine anspruchslose Braut. Sie hat sich seit dem Rücktritt von Willy Brandt in immer kürzeren Abständen immer neuen Hoffnungsträgern an den Hals geworfen. Um einen SPD-Parteitag in eine euphorische Aufbruchstimmung zu versetzen, reicht eine gute Rede. Die Mitglieder dieser Partei haben schließlich selbst Rudolf Scharping mit »Jetzt geht's los!« rufen bejubelt. Und sie haben wieder gejubelt, als Lafontaine jenen Scharping mit einer einzigen fulminanten Rede gestürzt hat. Das laut Müntefering schönste Amt der Welt nach dem des Papstes ist zu einem »Wer hat noch nicht, wer will noch mal« Wettbewerb verkommen. Und darin liegt die große Chance des Sigmar Gabriel. Inzwischen haben ja schon alle und es will eigentlich auch keiner mehr. So könnte er länger im Amt bleiben als die meisten seiner Vorgänger.